Das ist da hinten. Okay, da ist scheinbar nichts. Hier wird demnach auch wahrscheinlich nichts sein. Da ist eine Mission. Ich gehe mal hier hin dann. Ja, das suche ich dann später irgendwann mal. So, die Frage ist, wenn hier die Mission ist, ja, das sieht schwer nach Einnehmen aus. Hey, was ist denn los, Jungs? Äh, so, so, so. Schickt mir Männer! Wir brauchen Verschlackung! Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Habe ich keinen platziert, oder was? Boah! Boah, ist das ätzend, wenn der keinen platziert. Na, es explodiert genau in dem Moment, wenn ich mit dem Haken ankomme. Da hat man natürlich super Möglichkeiten. Na ja, machen wir das neu. So, direkt haben wir die Taketen, äh, Granaten ausgewählt. Ja, so, diese Sprengsätze. Irgendwo muss noch Treibstofftanks. So, das muss noch nicht sein. Der nächste bitte. Geben auf, Möse. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Wow. Alle, einen nach dem anderen. Habe ich jetzt mit... Wow. Das Schiff ist verschwunden. Das Gebiet gehört jetzt uns. Dann ist das hier unser nächstes Ziel. Ach, da ist... Ich weiß es, oder was? Hinter mir. Genau. Hallo. Das war's? Äh. Okay. Können wir nochmal ganz dezent machen. So, was müssen wir... Ach, das gehört dazu. Wie immer noch Chaos-Punkte für den einen Einsatz, da wir das bekommen. Boah, das sieht irgendwie voll traurig aus. Tag 816, bevor er mit seinem Schiff die Heimreise antrat, hat mir Präsident Dante persönlich gedankt und dabei betont, der Skandal um Deluca müsse schnellstens beendet werden. Er hat die Angelegenheit sogar zur Chefsache erklärt. Ich muss vorsichtig sein. Aber dafür sorgen, dass hier es auch bleibt. Vielleicht beschleunigt eine weitere Verfehlung von Deluca das Ganze hier. Angesichts des Aufstandes gezeigt. Mehr Graffiti oder Vandalisten, meine nicht. Ahm. Nieder mit dem General. Es lebe das Volk. Aber was ich mich frage, wenn er so, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, für seinen Aufstieg gekämpft hat, wieso lässt er dann einfach so zu? In Anführungszeichen einfach so. Was muss ich hier noch machen? Da sind zwei Lautsprecher. Transformatoren sind wahrscheinlich hier, genauso wie der Treibstofftank. Ja. Ich brauche Hilfe. Was? Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Verstanden? Verstärkung ist unterwegs. So, der Test. Und, warte mal. Polizeisch, achso, das ist Polizeisch, was ich dachte schon. Ziel ist entkommen. Normale Patrouille fortsetzen. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. So, holen wir direkt mal die Rebellen. Und nochmal Rebellen rufen. Und noch ein bisschen Chaos verursachen. Und noch ein bisschen Chaos verursachen. Wie viel denn noch? Ich muss besser aufpassen. Zusätzliche Booten-Truppen sind schon unterwegs, Jorli. So, ein bisschen Munition mal eben holen. Bisschen noch einen anderen Schrank. Ne. Schade. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. An alle Einheiten, die Moku wurde gehisst. Beziehungsweise halt, ähm, aufgehangen. Ich meine, Hissen ist ja runternehmen und eine andere dann machen. Also, im Sinne von, weißen schon, ne? So, dann geht das auch. Warte mal, was? Ah, jetzt ist, achso, jetzt ist auch wieder blau. Ich dachte schon, vier von sieben Städten. Aber das sind ja Provinzen. Ähm, eins, zwei. Und dann nochmal den, drei. Guck mal, wie ich hier jetzt einfach so die ganze, ähm, Hauptprovinz, nenne ich jetzt mal, keine Ahnung, wie ich das, die ganze Region, Insular, Dracon, ähm, gespalten habe. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt zuerst die zwei machen soll, oder ist das ein, Ist das ein Flughafen? Weil da kann ich ja natürlich zuerst das machen, dann das machen und dann dahin fliegen. Wenn das aber kein Flughafen ist, dann muss ich das machen, das machen. Was ist das denn, auch ein Flughafen oder was? Und dann muss ich nämlich von da, wahrscheinlich, dann da hin. Naja. Wegpunkt. Und er hat ein Winx-Jude. So. Ein Kilometer. Aber man ist echt ganz schön schnell mit dem Winx-Jude, wenn man nicht andauernd gegen den Boden kracht. Das Riko und einige Mitglieder der Rebellion Soljana befreit haben. Die Rebellion marschiert weiter, Freunde. Dies Gebiet ist eigentlich in der Regierung. Ich bin, dass wir nach dem Winx-Jude. Wir haben den Boden. Feinkontakt. Alle Einheiten hierher. Die Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zur Reposition. Perfekt. Okay, aber das war gar nicht der Ort, wo ich eigentlich hinwollte. Aber gut. So, dann machen wir wieder hier den Felsball. Äh, so. Na, der hat ja jetzt nicht so funktioniert. Nicht auf meiner Insel. Schickt mehr Männer. Wer informiert die denn hier in der Wand? Das sind doch alle tot. Jetzt kommt noch mehr. Ziele ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Warte mal was. Nur noch. Nur noch. Heute nicht. Heute gibt es nur noch Muku. So, und hier ist irgendwo in der Nähe irgendwas Sammelbares. Ich höre es, ich höre es und... Ach da, ich bin da vorhin dran vorbei. So, jetzt warte ich einmal. Gleich müsste die eine labern. Wahrscheinlich warte ich jetzt drei Minuten und labert nicht. Und sobald ich drücke, passiert genau das. Ich würde es verstehen, wenn ihr ein paar Brocken von Diravellos Statue behaltet, um sie irgendwann im Internet zu versteigern. Schließlich brauchen wir alle ein kleines Taschengeld. Ich würde es verstehen, wenn ihr ein kleines Taschengeld habt. Ich würde es verstehen, wenn ihr ein kleines Taschengeld habt. Ich würde es verstehen, wenn ihr ein kleines Taschengeld habt.